Das ist Naruto 1986, herzlich willkommen zu Dragon Ball Z Kakarot zu Part 93 und jetzt geht es da weiter, wo wir aufgehört haben. So, so, wollen wir mal gucken hier. Was ist das jetzt schon wieder hier? Lehrer für die Zukunft. Ah, können wir gleich mal hingehen und gucken, was das ist überhaupt. Lehrer für die Zukunft. So, erst kurz den Dragon Ball und dann Lehrer für die Zukunft. Hat 80, aber ich hab selbst 80, aber ich mach das noch nicht. Oh, Leute, verpisst euch doch einfach. Ihr wollt ihr aufs Maul? Kein Problem können wir dann haben. Bitteschön, ihr Conner. Und jetzt noch mal das hier drauf. So. Tja. Und. Awesome. Ja. Ich komme. So, Freundchen, jetzt reicht's. Tschüss. Tja, wenn ich hören will, dann muss ich fühlen, ihr Penner. Ich weiß nicht, ob ich den scheiß Turm hier noch mit eins, ne? Und da drüber. Oh, die ist jetzt gar nicht herkommen. Verpisst euch einfach. Ah, eine neue Idee-Medaille. Perfekt. soll ich noch eine Idee mal einbekommen? Wo ist das Tränkbohr da hinten? So. Mitten auf dem Tisch. So. Aha. Kristall. So. Dann fliegen wir mal. Meine Güte. Geh doch einfach richtig drauf. Den Punkt. Oder was das für ein Kackchen? Die Zor trampfer? Die Zor open hier noch mit? Was? 觉得 Warte mal so ich sag her wie ah ja schimpfer war ja was perfekte gerade das machen was er schon wieder wenn sie nur schnell laufen sehr lustig nicht lecker hübschen hat Ich bin ein Kaffee, ich bin ein Kaffee! Oh Gott, wo den krieg ich jetzt dann? Cool. Hi. Ich bin hier zwischendran durch, dass wir die Fänner hier nicht entgegenkommen hier. Na ja, ich gebe mich auch. Ich bin weg. Ciao, ciao. Alter, wie könnt ihr mich einholen? Ich war schneller als ihr Penner. Junge, nervt es nicht. Oh. Und. Weg. Wach sie sich anzugreifen, wach sie sich anzugreifen? Was wach sie sich anzugreifen? Wach sie sich anzugreifen. Wow! Hä? Wie schnell haben wir denn die Trottel erledigt? Wie schnell waren denn die jetzt erledigt? Hä? Verstehe ich grad nicht. Wie schnell waren die denn erledigt? Die Mütze waren 80, aber wie schnell war ich denn der Lied? Ich kann mir das mal erklären, bitte. Ja, ne, am besten, ich gehe hier hin zu dem. Ich mache das jetzt als nächstes, weil... Wartet, Freundin, in der Nacht, wartet. Wenn ich das mache, ich kriege dann nämlich richtig viele... So. 40 Einträgen, Karten. Okay. 2 D-Medaillen. Aber was... Mein Freund, was glaubst du, wie viele D-Medaillen ich bei dem... Ich hätte gleich Krieg, Alter. Wenn ich das mache, bei dem kriege ich mehr D-Medaillen als du glaubst. Hä? Wie, was? Ich kann... Mh... Wenn es nur jemanden gibt, der mir helfen könnte, nahm... Ach, Moment, ich habe einen... Tugendhaften Krieger in Saturn City gehört. Den man den Goldenen Kämpfer nennt. Nein. Okay. Alles klar. Dann darfst... Du... Einspringen, weil du das nämlich bist, mein Freund. Weil dann weiß ich schon, von wem er... Weil wenn er das jetzt schon so sagt, dann weiß ich schon, von wem er redet. Oh. Nein. Gruppe. Mhm. Gohan. Nein. Ach, wer will ich doch gar nicht? Alter, Charaktere will ich. Verdammte Axt, Alter. So, warte mal, hab ich überhaupt... Wow. Alles klar. Goku? Oho. Wie? Ne, war's schon. Das kommt doch immer, das merke ich gerade. Ich habe dieses Problem verursacht, also sollte ich es auch beheben. Wenn das so weitergeht, wird das Dorf nicht wieder auf die Beine kommen. Er schaut rein, als ob ihn etwas belastet. In Ordnung? Okay. Hm. Guck mal, weil bei dem bekomme ich dann, wenn ich das mache, 15 D-Medaillen, und das ist super cool. Okay. Namen. Scheint wegen irgendwas... Okay, machen wir mal. Deswegen mache ich da. Lerne für die Zukunft. So. Stimmt was nicht. Moment mal. Son Goku, bist du das? Äh, nein. Son Gohan? Ich weiß, es ist ja auch so, wie Son Goku, klar, aber wegen dem Ding. Ach, ich bin so komisch, wegen dem Trainingskampfanzug von Goku. Nein, Son Goku ist eigentlich mein Vater. Ach, gehst du mein Vater? Oh, du, tut mir leid. Ähm, ich heißen Namen. Dein Vater hat mir viel gefallen getan. Ich verstehe, ich bin Son Gohan. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich mich etwas bedrückt. Hmm. Hm. Ja, klar, wo ich das gelesen habe. Äh, Goldner Krieger. In Satan City, da müssen wir gleich gekommen. Ah, ja, okay. Wir müssen mit Gohan spielen. Aber ich finde es gut. Das ist ein bisschen peinlich. ich mache mir sorgen um dieses dorf okay was willst du doch vor kurzem haben wir herausgefunden dass es hier wertvolle mineralien gibt die man teuer verkaufen kann also wirklich wasser mehr konsumieren hatte ich sie glauben wir können gegen wasser tauschen aber wir haben hier häufig dürre das macht dir also sorgen was ich mir die reine brauchst du eigentlich der art wurde auf deiner karte markiert okay geil super wenn er markiert wurde das gut alles klar gedacht geworden auch schon 79 hat da wie geht da 78 wie warte 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 gruppe warte mal okay ich gerade sagen ich wollte gerade sagen ich habe da richtig kind ich habe da jetzt nicht getrunks da drin ok da wollen wir gucken karte hat gesagt es wäre markiert gewesen auf der karte ja wie hier ja ja hm Oh! das war ganz schön schnell warte das ist ein bisschen weißt du was wir bleiben einfach direkt hier als sonst ach da hinten also du sollst da lang flitzen meine güten ja toll leute das ist doch nicht euer ernst gerade ist doch ein beschissiger werte muss ich zwingt dem scheiß ganz da außen rum fliegen oder was es kaum leute das ist euer scheiß ernst nein zu euch will ich nicht hin leute zeig doch das ding auch mal an wo ich hin muss meine fresse alter ja toll da kann ich gerade in das hinhalter das heißt ich verlasse das gebiet also oder willst du mal warte mal warte mal warte mal warte mal mineralien braucht ja 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 nu zumal auf der karte markiert sein mineralien ganzhaft gerade da kommst du was ich wechsle wahrscheinlich gleich wieder auf goku zurück jetzt ich geh kurz erstmal hier rüber kam ihr haus bringt ja nichts weil das in einem scheiß gebiet ist was mir gar nicht weiterhilft ja leutz macht mich fertig gerade lasse ich das egal mit den 15 mit eines lasse ich jetzt ich versuche wieder ein spiel damit wegzumachen einfach und das war's so hi zweimal ja großer leberhafter fisch perfekt habe ich den schon zweimal ist es gut großer lebhafter fischer wohl alles was ich wechsle jetzt zu ich wechsle jetzt einfach mal zurück gruppe ich wechsle jetzt darauf zurück das ist mir gerade egal weil ich kann es noch noch nach machen weil ich das am besten mache und das war's eigentlich fertig aber ich habe jetzt zweimal groß ich habe jetzt zweimal großer lebhafter fischer aber ich brauche den zehn mal ach komm das hat er mir nur zweimal gegeben ach nee na egal kein problem da haben wir den drängen wollen wo eine hier gab es ja kein drücken war ja stimmt ja war gar kein drücken wollte ich vergessen hier gab es keiner drücken wo er ist da drüben wieder hole ich mir erst die drücken boards dann gehe ich zurück zum ding und danach noch wo die anderen sind war bitte und so ich mache alles nacheinander alles miteinander keine ruhe alles mit der ruhe meine freunde der nacht kommt alles noch freunde der frauen der nacht frauen der nacht und frauen und freunde der nacht ja oder freundinnen der nacht noch dazu kommt alles noch freunde machen wir jetzt machen wir jetzt diese zeitteile machen wir auch noch alles keine problem freunde der nacht ja okay äh ja hallo dragonball hey wie wo dragonball hm 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 ha So. Kann man mal anzeigen, wie der Scheißdrecken wollte es? Ach, da hinten. So. Und haben wir jetzt das. Perfekt und dann. So. Cool, noch ein Dragon Ball, dann haben wir es geschafft, denke ich. Jawohl. Gut, dann wollen wir mal loslegen. So. Natürlich werde ich mir noch mehr von den Diener holen, das kann ich nicht schaden, klar. Aber, so. Schnell hier drauf. Der letzte Dragon Ball hier oben. Danach gehe ich zur Künftung, naja, ich werde die alle schon noch nachholen, keine Angst, ich werde die alle noch machen, die ganzen Dinger, ich werde sie alles noch machen, die ganzen, äh, Nebenquests. Und werden auch noch alle, werden natürlich auch noch, es wird noch auch sehr viele Parts kommen, aber ich auch noch den Ding hochleveln will, ich will alle Charaktere hochleveln bis auf 200, äh, den, die anderen alle holen. Alle noch zurückholen. So, das heißt, erst mal hier. Und was das jetzt schon wieder hier? Wiedersehen mit Suno. Ah, ja, das ist diese wieder mit Suno-Scheiße. Ach, ja, egal. Äh. Ach, schon hier drüben bleibt. Okay. Perfekt. Da mit den letzten Dragon Ball. So. Dragon Ball. Ja. Die hier können wir alles schon noch machen, hier diese Kämpfe machen. Doch, diese Kämpfe. Wir haben auch noch hier diese ganzen Kämpfe hier noch. Die Kämpfe machen wir alles noch, keine Angst. Und der dritte Wunsch ist. Auch es ist halt die Gegenstände hier. Okay.